Ich will ein anderes Auto nehmen, außer meinen anderen. Kann nur ein... Kann nur ein Wind sein! Nein! Nein! Das ist ne B-Karre, wenn ich mir eine kaufe. Demo... Das ist... Ja, ich hab jetzt eine gekauft, man muss ne B-Karre. Wer ist ganz hinten? Ich. Was ist das? Was haben Sie? Na, Ralf? Oh, was ist denn hier los, ey? Das ist Kurse. Oh, Kelly! Klasse! Sektor 5 da. Okay. Hey! Thomas! Warum? Ach, come on! Junge, geh doch aus dem Bild! Junge, geh doch aus dem Bild! Junge, geh doch aus dem Bild! Was ist das nicht hier! He! 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 weiß nicht was ich machen muss ich fahr einfach ich bin jetzt gerade mega schlecht fährt die sektor der war nach hause und das mit der b-karte übrigens ich ja wie sagt er das hat überhaupt nichts zu sagen also fahr ich quasi ein fahrrad gegen vorm 1 auto ja das fahrrad gegen e fahrrad aber ich bin doch einfach hätte auch die ideallinie so gut gerade jungen name lockt da habe ich gedreht ich habe mich gedreht und ihr seid nicht hinter mir wo seid ihr was ist denn ein problem mann wir müssen die sektoren gut fahren und nicht gegeneinander die sektor hab ich schon verkackt alles cool ich habe mir gerade ein sektor zurückgeholt obwohl ich mich gedreht habe wie geht das gehört das wahrscheinlich zum sektor und sie haben geschehen wie kann ich sie da sein wenn ich euch beiden eine halbe seite abliegen darf gut gemacht für sie ja das macht keinen sinn vielleicht aber ich fahr euch weg und fährt sie wieder ja in der runde in einem sektor junge den letzten sektor noch gewonnen ja aber wenn wir in der runde davor den sektor schneller gefahren haben als du dann macht das überhaupt keinen unterschied du bist einfach der langsame ja dann hat das spiel doch nicht verstanden den ball hier ist der erste sektor doch nicht anders ok alles klar easy ich zum beispiel hab den ersten sektor komplett langsam gefahren und hab dann im zweiten meinen kompletten boost benutzt den ich angeformt hatte aber ich bin auch erster hin hack ja in platzierung 1 und hat gereicht ralf nö 8 ball ist das mit der 8 wo man sich bei den kurven da habe ich jetzt auch ein neues auto genommen also ist auch direkt über eine b-karre gewesen was müssen wir machen rennen fahren ah rennen fahren und immer wenn du ein auto siehst volle breitseite reinknallen hat der maul vor allem wenn es wenn es hantelhorst ist oder fata morgana da darfst du direkt reinbrettern das ist immer so Adrenalin wenn du da an die kreuzung kommst nee das ist so small ja mit 8 ja sowieso wird ganz entspannt dreck hier wird einfach gestreut mir fällt die komischen landcruise da linke 3 jetzt weiter das ist champion 66 nein einfach rein joh mein gott mein gott ey was ist denn hier oh oh wer war das der gelbe danke bitte oh man wo muss man denn jetzt lang man muss eigentlich in die kurven du musst nicht vorher lenken du fährst immer in die kurve rein wo du hin musst einfach durch das ist der hantel das hab ich auch gekauft nein ja fassen man ja das ist ein rennen das ist ein fucking ernst hey wer ist das welcher schweb da ich wurde selber gedreht da ich wurde selber gedreht ja aber du hast mich in die andere Straße mit reingedreht man ey das ist ja nicht wahr was wir haben hier nein nein oh man wen hab ich denn da gerade in die andere Straße gehauen das könnte entweder Tommi oder ich gewesen sein das könnte entweder Tommi oder ich gewesen sein oh das hat so was ich jetzt habe es total beschissen Rissi hast du ne scheiß Karre ausgewählt wie 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 komme ich denn hier hin oh Junge irgendeiner ist hier nur am Ramm ich glaube das ist das innere Geld das ist ja die sind natürlich auch scheiße bei dem System oh Gott nein nein vorweg es kann nicht wahr sein was hier absehen aber irgendeinen hab ich gerade richtig erwischt auch geht Chrissi da vorne weg Digga oh nein ah nein geh weg da Michi man was denn er zieht vorbei nein einfach auf mich hier drauf nein dann mach ich dir zu hier geh weg nein nein er tut sich alle ich fahr hier nein ich werde nie wieder ein anderes Auto nehmen außer meinen anderen kann nur ein Wind sein nein ha 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 nein nein webe oh man wo bin ich denn aufgesetzt ich werde einfach auf die 2 geboostet Junge ich bin aufgesetzt und zerstört ich bin tot Junge danke Demo danke Demo danke Demo was ist das denn an allen tun wir uns das kann ich schon weiter mein Auto ist kaputt ja komm doch vorbei an allen tun wir ihm was zu essen ne nein zweiter Junge das ist der Teamkollegen das ist der Teamkollegen Sieg für sie ich hab auch nur 10 Sekunden auf dich lol ich bin noch 5. geworden wie geht das denn wer ist denn aufgegangen Thomas ich glaube ich ich Ragequid glaube ich auch das ist doch nicht wahr also ich hab Tommi auf jeden Fall vor der letzten Kurve nochmal gedreht aber ich glaube ich 10.000 mal gedreht ist der jetzt echt nett kann doch nicht jetzt noch nicht mehr bei Steam On entweder ist es ja Todes Ragequid oder oder Tommi Alter direkt mit Theo aus ich war das ganze Rennen erster bis auf eine Millisekunde da war Ralf erster und dann habe ich von rechts so durch die sich Brust anfallen da war das Demo ich wurde eben 5 mal da von voller Seite ein ey ich hab